Willkommen zurück auf dem Kanal. Ich war heute in Seefeld beim Nordic Combined Triple. Das ist ein World Cup. Die Athleten springen von der Schanze und gehen danach gleich in den Langlaufwettbewerb. Da gehört viel Technik dazu, viel Kondition. Das ist jedes Mal ein Vergnügen anzuschauen. Super sympathischer Sportler und es hat mir wieder riesen Freude bereitet heute. Ich stelle deshalb die Shorts rein, ein paar Handimpressionen, denn aus Copyright-Gründen denke ich, dass ich leider keine Bilder wirklich vom Wettbewerb zeigen darf, aber immerhin hier ein bisschen Stimmung möchte ich euch mitgeben. Großes Lob an die FIS, großes Lob an Seefeld. Super Organisation wie immer. Eine Freude dabei zu sein. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus.